Sim gehört. Dein Die Sims Podcast mit Micha von SimTimes und Lars von simsblog.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sim gehört. Falls ihr euch gerade wundert, warum Lars plötzlich so merkwürdig klingt, wir haben ein neues Intro. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle an Toni, der das eingesprochen hat. Und wir wollten mal ein bisschen Abwechslung hier bringen. Zur 50. Folge dachten wir uns, gönnen wir uns mal ein bisschen was. Und falls ihr jetzt ganz erschrocken bei Spotify da seid und da so einen Videobutton seht und dann da draufklickt und euch denkt, oh Gott, wer guckt uns da jetzt eigentlich gerade so an. Das ist zum einen der Lars von simsblog.de. Hallo Lars. Hallihallo. Und wie immer mit dabei, heute auch mal hier im Bild. Ich sehe Micha mal während der Aufnahme. Auch sehr spannend. Genau, ist der Micha von simtimes.de. Hallo auch nochmal an dich. Hallihallo. Genau. Ja, wir feiern ein kleines Jubiläum. 50 Folgen Sim gehört. Und wir dachten uns, wir können ja mal dieses tolle Video-Podcast-Feature von Spotify ausprobieren. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ihr könnt uns natürlich auch einfach ganz normal weiterhören. Ihr müsst nicht das Video anmachen. Das ist völlig euch überlassen. Genau. Und wir gucken einfach mal, wie das so ankommt. Ursprünglich wollten wir mal live streamen, aber haben dann gedacht, ah, das wird zu kompliziert. Ja, tatsächlich. Ich habe auch schon länger nicht mehr gelivestreamt. Micha hat, glaube ich, meine ich, auch noch nie gelivestreamt. Nee, ich komme dir aber antworten. Das dann noch so live wäre ein bisschen schwierig geworden. Genau, also falls ihr bei Spotify seid, bei den anderen Diensten geht das leider nicht. Da könnt ihr uns jetzt gerade sehen beim Labern. Das ist, glaube ich, auch mal ganz witzig. Und wenn wir uns versprechen, dann tauchen hier ganz viele kleine Mini-Schnitte auf. Das ist natürlich auch sehr gut. Ach, als wenn wir uns versprechen. Du schneidest doch hier nie was. Niemals. Nein. Oh, Mann. Nee, genau. Zur 50. Folge haben wir ein kleines bisschen was vorbereitet. Wir haben euch ja im Vorhinein ein paar Fragen gestellt. So zu unserer Person allgemein, zu den Sims. Und die werden wir in dieser Folge auf jeden Fall beantworten. Es gibt noch eine kleine Verlosung. So viel dazu schon mal. Genau. Und es gab tatsächlich auch viele Sims-News, über die wir in dieser Folge auch auf jeden Fall reden werden. Das ist ja bei den Sims auch immer mit den News ziemlich spannend. Jetzt gerade in letzter Zeit. Micha, was ist denn so in der letzten Zeit bei den Sims so passiert? Wo fangen wir denn da an? Nee, also über das große Ding hat wir schon in der letzten Folge gesprochen, was jetzt aber erst auch noch kommt. Also dieser große Behind-the-Scenes-Sims-Summit-Woop. Sehr schwierige Bezeichnung. Wir sind alle sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Bisher ist noch nichts geleakt worden. Toi, toi, toi. Ausnahmsweise, ja. Dafür ist was anderes schon durchgesickert. Und zwar bin ich überraschend, erwarten uns mal wieder ein paar neue Sets. Und da sind mit dem letzten Spiel-Update, über das wir gleich sprechen werden, ja, die Icons plötzlich im Spiel aufgetaucht. Und jetzt muss ich mal ganz kurz auf dem Bildschirm lunschen, was da eigentlich drauf zu sehen ist, so ganz unauffällig. Und zwar ist auf dem einen zu sehen eine Erdbeere und auf dem anderen ist eine Kaffeetasse mit einem Briefumschlag zu sehen. Und ich dachte mir so, als ich beiden Icons gesehen habe, aha. Spannend. Ich habe keine Ahnung, was ich das sagen soll. Dazu habe ich tatsächlich auch gerade mein Video hochgeladen. Also es gab tatsächlich in der Community schon so ein paar Spekulationen, was das denn sein könnte. Ich finde es irgendwie auch witzig, dass der Leak auf diese Art und Weise passiert ist. Weil irgendwie in den Spiele-Dateien ist tatsächlich nur diese zwei Symbole und ein paar weitere Icons, über die wir gleich noch reden, werden aufgetaucht. Aber sonst irgendwie nicht viel mehr. Micha, das heißt, du hast gerade keine Idee, was da so wirklich dahinter stecken könnte. Nee, nicht wirklich. Ich hatte mich tatsächlich auch jetzt nicht mit den Spekulationen damit auseinandergesetzt. Also da gab es natürlich auf Twitter und so natürlich wieder die wildesten Theorien. Also wirklich sehr wilde Theorien. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass wir plötzlich einen, keine Ahnung, Erdbeerstand aufmachen können mit den Sims und Erdbeeren verkaufen können. Nee, das denke ich auch nicht. Und dass wir Homeoffice arbeiten, was ich jetzt mit dem anderen vielleicht verbinden könnte. Das können die Sims theoretisch auch so schon. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt ein spannender Setinhalt. Deswegen, ich habe tatsächlich keine wirkliche Idee, was da auf uns zukommen könnte. Und ich hoffe, dass es einfach nur inständig, dass es keine neuen Modesets sind und ich plötzlich die Erdbeerprinzessin in meiner Sims-Welt sein kann. Oh, Micha, beschwör das nicht. Das gibt immer nichts Gutes, wenn wir hier manchmal irgendwas im Podcast hier äußern. Dann ist es plötzlich manchmal Realität. Nee, aber tatsächlich, ja. Ja, jetzt bin ich gespannt, was deine Theorien sind, die du in deinem Video aufgestellt hast. Genau, also, wir können ja mal so ein bisschen kombinieren. Ich finde tatsächlich das Symbol mit der Kaffeetaste und dem Brief ein wenig einfacher tatsächlich. Und zwar habe ich da tatsächlich so ein bisschen gesehen, es gab dann ja noch ein paar Spiele-Icons, die man dann auch immer sieht, wenn man das Päck gekauft hat und an dieser erste Bildschirm kommt. Da gab es dann zwei Icons, da sieht man zum einen so einen Sim in einem Anzug mit so Sternchen drunter irgendwie. Das war das eine Icon und dann so ein Sim, der so seine Arme so vor dem Körper verschränkt. Und meiner Meinung nach, ich bin mir eigentlich fast ziemlich sicher, dass es sich da doch vielleicht einfach um ein Set für Büroklamotten handelt. So habe ich mir das jetzt irgendwie gedacht. Es würde meiner Meinung nach irgendwie ganz gut passen. Ich meine, ich habe das tatsächlich auch mal so ein bisschen beobachtet. Die Icons haben manchmal auch jetzt nicht immer komplett direkt irgendwas mit dem Set an sich zu tun. Zum Beispiel, die mag ich das beim maximalistischen Wohnstil-Set. Sieht mir auch so einen Pfau, der steht dann einfach repräsentativ so für dieses Thema. Und so ist es dann, glaube ich, einfach mit der Kaffeetasse und dem Brief. So habe ich mir das jetzt irgendwie hergeleitet. Und bei der Erdbeere ist es tatsächlich, finde ich, schwieriger. Da sieht man dann ja so die zwei Icons, die da dazugehören, sind einmal so zwei Herzchen mit zwei Sims drin und zwei Sims, die sich so gegenseitig am Rücken stehen. Also die so gegeneinander gelehnt sind quasi mit so einem Stern dahinter so ein bisschen. Da finde ich es tatsächlich irgendwie schwieriger. Da gab es eine sehr gute Theorie, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber nee, da habe ich ehrlich gesagt, kann ich jetzt auch nichts so rausdeuten, sage ich mal. Das fand ich dann ein bisschen schwieriger. Also tatsächlich die Bürosachen, ja, könnte sein, aber bietet sich das im Spiel tatsächlich an. Ich meine, man kann ja die Sims jetzt nicht direkt ins Büro begleiten. Und nur für den kurzen Weg, dass ich jetzt die Illusion aufbaue, hey, zieh dir doch was Schönes fürs Büro an, wo du theoretisch auch alles Mögliche anziehen kannst. Für den kurzen Weg zwischen Haustür und Grundstücksrand, wo der Sim ja dann eh verschwindet und dann irgendwann später wieder zurückkommt. Dafür jetzt ein eigenes Modesset zu erstellen, finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Bei den ganzen anderen Modessets war es ja eher immer so, entweder Alltagskleidung oder halt sehr viel Partykleidung. Aber so Sachen, wo du die Sims ja auch dann tatsächlich aktiv siehst beim Gameplay oder was auch immer. Ja, deswegen fände ich das jetzt zwar einerseits eine interessante Theorie, aber andererseits so in der Praxis ein bisschen schwierig tatsächlich. Es sei denn, sie bringen noch eine aktive Bürojobkarriere mit sich, wo du den Sims dann zuschauen kannst, wie sie den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Das würde für ein Set vielleicht sogar noch reichen, aber das wäre, also ich rechne jetzt nicht damit. Und ich will ja auch keine wilden Theorien aufsetzen, weil, wie du schon meintest, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass irgendjemand von EA hier zuhört und dann irgendwelche wilden Sachen weitergibt und die Ironie dann irgendwie so ganz durchkommt. Ich will nur sagen, ich habe vor ein paar ... Oh, du willst ja. Die schreiben schon mit. Ja, genau. Ich will nur sagen, ich habe vor ein paar Folgen gesagt, hier ist mir auch eine super Marketing-Idee, das Basisspiel kostenlos zu machen. Und bam, das Basisspiel ist ab 18.10. kostenlos. Also, ich will nicht sagen, dass ich diesen Stein ins Rollen gebracht habe, aber die Zufälligkeiten sind sehr, sehr auffällig. Da ist tatsächlich was dran, ja. Nee, also, ich finde da eine Theorie mit dieser neuen Karriere tatsächlich irgendwie ganz cool. Das wäre tatsächlich witzig, aber ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt Büroklamotten, sondern dann ja tatsächlich das eigene Büro so ein bisschen einrichten. Das dann vielleicht als Thema, ja, da könnte ich mir auf jeden Fall was zu vorstellen. Ganz, ganz wild. Jetzt kommt ein neues Erweiterungspack, wo es so ganz viele Krankheiten und sowas gibt und dann auch sowas wie Corona und du musst im Homeoffice arbeiten. Und dafür ist dann dieses Set da, dass sich die Sims für das Homeoffice schick machen können. Bäm, Meta-Ebene aufgemacht. Das wäre doch ... Das wäre richtig spannend. Nee. Bitte nicht. Damit rechne ich jetzt auch mal nicht. Das würde, glaube ich, einen saftigen Shitstorm auf jeden Fall geben. Vielleicht, ja. Wobei sich aber Spieler ja durchaus das Häufigeren mal sowas wie Krankheiten und sowas wünschen. Aber es muss jetzt keine weltweite Pandemie sein. Ich glaube, davon haben wir erstmal alle genug. Sag uns mal so. Nee, das wäre tatsächlich eher suboptimal. Das glaube ich auch. Nee, also tatsächlich, ja, ich glaube, Büromöbel wäre da schon irgendwie ganz passend. Jetzt zu dem, ähm, zu diesem Erdbeer-Icon, was wir ja gesehen haben, wo man jetzt ja irgendwie nicht so richtig direkt irgendwas rausdeuten kann. Da habe ich tatsächlich eine sehr interessante, ähm, ähm, ja. Ja, Vermutung auf Instagram tatsächlich gesehen. Okay. Von, sie heißt Mushilda Sims, glaube ich. Ihr ist nämlich aufgefallen tatsächlich, dass viele von den Sets aus D-Sims 4 irgendwie auch schon mal so ein bisschen so in D-Sims Freeplay tatsächlich fürs Handy als Update hinzugefügt wurden. Da ist es nämlich so, dass, ähm, zum Beispiel das maximalistische Wohnstil-Set sehr viele Objekte hat, die wirklich auch sehr ähnlich aussehen, auch von den Screenshots. Das ist ein ganz ähnlicher Stil, auch von den Farben und so. Und das konnte man zum Beispiel auch beim Industrie-Loft-Set so sehen. Da gab es dann auch irgendwie ein Update, was sehr ähnliche Objekte hatte bei, äh, D-Sims Freeplay, ähm, bei den anderen Sets auch so ein bisschen. Und da ist dann tatsächlich der Gedanke so ein bisschen da, ob die Entwickler da vielleicht dann einfach die Konzeptzeichnungen einfach von den, äh, Sims Freeplay-Leuten sich da nochmal rausfischen und da ebenfalls dann ihre eigene Interpretation draus machen. Und es gibt nämlich tatsächlich, gab vor einem Jahr ungefähr, gab's quasi ein neues, äh, ja, Sims Freeplay-Update, mit dem quasi Objekte in so pastelligen Farben für Kleinkinder tatsächlich hinzugefügt wurden. Und da sieht man nämlich auch ganz viele kleine Erdbeeren drauf. Da ist dann halt der Gedanke da, ist das natürlich jetzt erstmal so ein bisschen, bisschen schief. Aber es war halt tatsächlich sehr auffällig, dass sich wirklich diese, diese Themen bei Sims Freeplay und Sims 4 mit den Sets sehr überschnitten haben. Das hab ich im ersten Moment, hab ich mir auch so gedacht, hm, irgendwie komisch. Aber dann hab ich mir das mal genauer angeguckt. Ich kann dir gern nachher nochmal die, die Screenshots dazu schicken. Das war meiner Meinung nach schon sehr auffällig irgendwie. Ja, ich glaub, da hilft jetzt einfach nur abwarten in dem Sinne. Wie fändest du denn die, die, ja, wenn's wirklich so sein sollte, die Objekte für Kleinkinder? Ähm, ja, also würde ich sehr gerne begrüßen, auch mal die anderen, ähm, Sims-Generationen so ein bisschen mit, mit abgedeckt werden. Äh, ich spiel persönlich jetzt nicht so häufig mit den Kleinkindern, aber ich denk mal, gerade für die ganzen Familienspieler und so, wäre es auf jeden Fall was Spannendes. Also von daher, ähm, wenn's jetzt mehr ist, als jetzt nur reine Dekoration, sondern vielleicht auch noch was Interaktives mit dabei ist oder so, würde ich mich natürlich für die anderen Spieler noch mehr freuen. Ähm, aber so, ja, warum eigentlich nicht? Ähm, da finde ich das Symbol für die Erdbeere interessant, sagen wir's mal so. Ja, das stimmt wohl. Es ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen schwierig. Bei den anderen, äh, hätten wir jetzt mal so quasi die Icons vom, äh, maximalistischen Wohnstil-Set oder so geleakt bekommen mit dem V. Hätten wir jetzt über das The Sims 4 Pound-Set hier spekuliert. Ein Zoo. Endlich kommt der Zoo. Das war so witzig. Aber, nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht tatsächlich. Aber das war ja nicht die einzige Sache, die es bei den Sims neu gab. Es gab ja noch ein neues Update. Magst du da uns mal ein bisschen, äh, aufklären? Äh, ja, sehr gerne. Also, das Update war tatsächlich relativ groß gewesen und bereitet so ein bisschen auch, ähm, die, äh, kostenlose Verfügbarkeit von dem The Sims 4 Basisspiel ein bisschen vor. Denn es wurde so ein bisschen aufgeräumt, äh, was so die Lektion zum Beispiel betrifft. Die wurden dann auch mal aktualisiert, weil die, glaube ich, seit der Veröffentlichung von The Sims 4 nicht mehr neu geschrieben wurden, sondern immer nur ergänzt wurden, wenn neue Packs reinkamen. Ja, und es gibt jetzt eine Sims-Dame namens Emily, die so neue Spieler, ähm, an die Hand nimmt und quasi das Tutorial so ein bisschen ersetzt, ein bisschen interaktiver macht. Äh, ich habe gelesen, die ist teilweise etwas sehr aufdringlich, nervig. Äh, äh, durchaus, ja. Ähm, dadurch, dass vermutlich ja sehr, sehr viele neue Spieler auch in The Sims 4 dann anfangen werden, ähm, ist es nochmal so, hier, ich nehme dich an die Hand und zeig dir mal die ganzen, die ganzen Sachen. Genau, das war so die größte, ähm, Ergänzung, sag ich jetzt mal. Hinzu kommt auch noch ein neues Merkmal, nämlich Treu. Ähm, und es gibt einen neuen Deckenventilator, ein paar neue Tattoos und, ähm, für Konsolenspieler gab es noch das Update, dass man, ähm, jetzt die Benutzeroberfläche auch skalieren kann. Also, dass man die auch ein bisschen größer machen kann. Äh, ich spreche aus Erfahrung, ich habe einen etwas größeren Fernseher, ähm, man sieht ihn vielleicht im Hintergrund. Äh, und, äh, wenn ich da Sims 4 drauf spiele, also die Benutzeroberfläche ist so unfassbar klein da drauf, ähm, da begrüße ich es sehr, äh, dass man da auch mal ein bisschen das größer machen kann, damit ich mir beim Navigieren, äh, mit dem Controller nicht den Daumen abbreche. Das wäre tatsächlich sehr schmerzhaft. Ja, aber tatsächlich, ähm, genau, das, das waren so die Neuerungen. Eher jetzt keine großen neuen Features in dem Sinne, sondern halt einfach wirklich dann eigentlich so eine Vorbereitung jetzt auf das kostenlose Sims 4-Spiel tatsächlich, genau. Äh, Emilys Objekte, also ihr Oberteil, ihre Brille und ihre Frisur sind jetzt ebenfalls auch im Spiel, das fand ich eigentlich ganz witzig. Die Frisur haben sie jetzt scheinbar irgendwie von, äh, ja, dem coole Küchen-Accessoire-Pack genommen und da dann die, die Sachen ein bisschen ergänzt. Ah, Klassiker. Ja, ich muss sagen, gell, ich muss sagen, das Tutorial ist tatsächlich irgendwie ein bisschen nervig, es kommt bei allen Spielern, die das Update installiert haben und dann wirst du, wie, ich hab da so leichte Flashbacks wie im, äh, Sims 4-Basisspiel, als es rausgekommen ist, wird man dann mit irgendwelchen Nachrichten zugeklatscht, bin ich auch direkt zum Glück, man kann es ja in den Optionen deaktivieren, das ist ganz gut, aber, ja, damit, äh, ist jetzt auch es vorbei mit diesen vier Bestreben, die extra fürs Tutorial, äh, vor 2017 irgendwie erstellt wurden, da gab's ja vier exklusive Bestreben, die gibt's dann jetzt auch nicht mehr, bisschen schade, aber, naja, so, so ist das, genau, ansonsten, ähm, das Update war jetzt nicht, äh, sonst großartig spannend, es hat keine... Keinen neuen Fehler, wollt's jetzt sagen, oder? Nee, keine Kontroversen auch ausgelöst, nix, was irgendwie kaputt gegangen ist, relativ, äh, entspannt tatsächlich bei den Sims, genau. Vielleicht haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben, äh, so wenige Tage, bevor das Spiel für alle kostenlos wird und da bestimmt ein gewisser, äh, Run auf das Spiel ist, also bei, also bei dem Kollegenkreis. Äh, äh, tatsächlich sind sehr viele, ähm, da so jetzt Hype drauf, weil ich hab dann so gemeint, ja, übrigens haltet euch mal den 18. und 10. fest, weil, und dann so, weiß ich nicht, dass das so viel jetzt kostenlos wird, so, ja, ihr müsst auch ein bisschen warten, aber, da sind tatsächlich sehr, 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 sehr viele mit dabei, die sich das dann am Dienstag holen werden, ähm, genau. Das ist cool, ja. Bin ich mal gespannt. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Wenn ich dann in der Mittagspause mal ganz viele Fragen stelle, wie kann ich Ihnen das und das machen, davor hab ich da jetzt vielleicht ein bisschen Angst, ähm, aber, naja. Habt ihr schon ein gemeinsames Gesprächsthema? Mhm. Das wird super. Micha ist da ja bestens, bestens informiert, auf jeden Fall. Vor allem wird bestimmt auch mal die Frage kommen, und welches Ziel, die sollte ich mir jetzt holen? Und so, oh, die Frage. Der Klassiker. Das kommt darauf an. Da gibt's viele. Ja, definitiv, definitiv. Das ist aber, das ist aber echt so. Vor allem, ich find's auch spannend, unpopular opinion, bitte, bitte hasst mich nicht, aber ich finde auch, tatsächlich, die Jahreszeitenerweiterung ist für mich persönlich voll unnötig, tatsächlich. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ich hab's rausgehauen hier. Nee, tatsächlich, ich weiß auch nicht, weil das ist dann auch immer so eine Sache, jeder legt dann natürlich im Spiel irgendwie ein bisschen einen anderen Wert auf das, was er gerne so im Spiel macht. Und ich weiß nicht, bei mir ist es so, dass die Jahreszeitenerweiterung einfach, ja, es bringt natürlich schon einigermaßen viel Gameplay mit und so dieses Kosmetische, dass es dann schneit und so, aber es ist halt für mich eher gefühlt so, ja, einfach sieht schön aus, aber jetzt so krass viel ins Gameplay eingreifen tut es ja für mich persönlich jetzt irgendwie nicht. Deswegen ist es jetzt so eine Erweiterung, die ich nicht so krass gerne mag, tatsächlich so doof, wie es klingt. Sie ist zwar gut und in The Sims 4 auch irgendwie besser als, hat bessere Aspekte teilweise als in The Sims 3 vielleicht an manchen Stellen, aber nee, irgendwie, ich weiß auch nicht. Hast du auch so ein Pack, was eigentlich alle total geil finden, aber du irgendwie nicht so? Da gibt es, glaube ich, einige, ja. Ich möchte dir das an der Stelle aber einfach nicht nennen. Ups. Micha hat Angst vor den bösen Kommentaren bei Insta. Ich meine, du bist ja zum Glück, du bist ja hier von uns beiden auf YouTube aktiv. Da sind die Kommentare, habe ich so im Hinterkopf etwas unfreundlicher, sagen wir es mal so. Ich kann mich zumindest daran erinnern, als ich damals mein erstes tatsächliches größeres Anspielbio gemacht habe, war so der erste Kommentar, jo, Digga, die sterben. Ich so, wow, cool. Das ist also YouTube, das ist, wow, danke. Nein, Micha, die sind da nicht alle so. Also, natürlich, bei dir sind die natürlich alle total freundlich, das wollte ich jetzt natürlich auch nicht sagen, aber das war so meine erste Erfahrung, wo ich mir so dachte, oh, das ist YouTube, hallo, ich fühle mich willkommen. Ups. Ja, das, okay, ich glaube, da hätte ich mir dann auch so gedacht, hm, ja, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Lässt da natürlich nicht so einen ersten guten Eindruck. Nee, aber tatsächlich, ich würde sogar behaupten, die Sims-Community allgemein ist einfach irgendwie recht. Also, klar, wir regen uns auch manchmal gerne auf, das schon, aber ich habe das Gefühl, so im Vergleich zu anderen Communities sind wir tatsächlich eigentlich relativ entspannt doch, oder? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. In Deutschland, in Deutschland, ja. Also, ich glaube, die deutschen Spieler sind, also, ja, da gibt es auch natürlich welche, die sich gerne zu Recht aufregen. Also, man darf sich ja auch, man darf sich ja über die Sims sehr gerne auch aufregen, das ist ja völlig legitim. Definitiv, ja. Das funktioniert hier aber unserer Community doch deutlich sachlicher, habe ich den Eindruck. Wenn man aber mal so einen Blick ins offizielle Forum wirft oder auf Twitter, dann sieht das ja schon ganz anders aus und was sich da die Sim-Gurus da manchmal durchlesen müssen, anhören müssen, also das ist echt unter aller Kanone. Also, auch da kann es sehr schnell sehr toxisch werden, aber ich glaube, solche Leute hast du tatsächlich überall. Also, egal in welchem Fernbereich du da unterwegs bist, da gibt es halt leider immer welche, die dezent eskalieren und, ja. Aber ich glaube, so insgesamt geht das schon noch, habe ich den Eindruck, ja. Es gibt schon eure Communities, sagen wir es mal so. Definitiv, ja. Also, keine Ahnung, was so am Dienstag dann passiert, wenn da keine Ahnung was von EA angekündigt wird. Kann natürlich sein, dass dann das Internet brennt. Da nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe, aber darüber werden wir bestimmt in der nächsten Folge dann drüber sprechen. Ja, von daher lassen wir uns mal überraschen, was so am Dienstag passiert. Ich habe vielleicht ein bisschen Angst, aber es wird schon. Definitiv, ja. Der große Sim-Stream, in dem die Entwickler scheinbar irgendwelche Ankündigungen machen werden, rückt ja näher, so haben sie es ja im Blog-Eintrag tatsächlich formuliert. Und Micha, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich glaube, die Entwickler haben wirklich noch nie, noch nie für einen Livestream so viel Werbung gemacht und hier, der Livestream findet bald statt. Es ist echt krass. Also, ich hatte da heute auch nochmal einen kleinen Artikel auf Sim-Times veröffentlicht, wo ich noch so eingeschätzt habe, was könnte uns denn tatsächlich erwarten. Und es ist auffällig, dass EA, also der offizielle EA-Account, auch auf diesen Livestream hinweist. Wir haben das erste Mal eine Moderatorin für diesen Livestream. Und da habe ich mal so geguckt, bei EA ist tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr viel los. Die haben da zwei, also eine neue Marke angekündigt, ein neues Spiel angekündigt, ein neues Need for Speed angekündigt, ein neues Dead Space angekündigt, beziehungsweise ein Remake angekündigt. Also EA ist gerade in so einer übelsten Phase, ganz viele Sachen anzukündigen, nachdem die ja nicht auf der Gamescom waren und alles. Habe ich das Gefühl, das holen die jetzt gerade alles nach und das sind halt wirklich alles vollwertige Spiele jetzt gerade so in der Kombinationsphase, sag ich jetzt mal. Und das ist jetzt halt alles erst in den letzten zwei, drei Wochen passiert und das würde sich tatsächlich sehr, sehr nahtlos an diesen Stream von dem Sims-Team quasi anschließen. So, dass ich mir jetzt tatsächlich nicht vorstellen kann, dass es da jetzt nur um die nächsten zwei Sets und nächsten zwei Erweiterungsspacks geht, weil dann würden die, glaube ich, nicht so ein großes Terrain machen. Also da muss schon irgendwie mehr da sein. Vielleicht wird es ein The Sims 1 Remake. Ich würde es begrüßen. Wäre auch cool. Aber ich rechne jetzt nicht damit, aber ich würde es begrüßen. Ja, sagen wir es mal so. Wäre tatsächlich total witzig, das nochmal so im neuen Gewand zu sehen. Und dann quasi eigentlich mit der gleichen Grundbasis so. Wäre tatsächlich ganz nice. Nee, aber ich muss jetzt auch sagen, also so langsam kribbelt es auch so ein bisschen, weil ich mir echt so denke, was ist es dann wirklich die Sims 5? Das steht ja ganz gut. Wir haben auch schon in der letzten Folge darüber geredet, dass es dann ja viele Hinweise doch darauf gibt, dass es das vielleicht sein könnte. Aber ja, irgendwie, ich finde, es ist noch so ein bisschen surreal, dieser Gedanke. Wenn wir uns jetzt wirklich vorstellen, dass es ein paar erste Infos gibt, vielleicht einen kleinen Teaser oder was weiß ich, so in die Richtung, wäre schon, wäre natürlich schon sehr cool. Die Entwickler haben ja jetzt auch an ausgewählte Leute so Boxen irgendwie rausgesendet. Hast du das mitbekommen? Ja, also ich habe die Info bekommen, dass ich auch eine bekomme, aber ich glaube, sie haben ein bisschen unterschätzt, wie lange die Post von San Francisco bis ins beschauliche Leipzig benötigt. Ich sage mal so, am Dienstag ist der Livestream, jetzt ist Samstag. UPS hat noch nicht bei mir geklingelt. Vielleicht passiert es jetzt im Rahmen dieser Aufnahme, ich weiß es nicht. Ja, aber ich soll auch noch so eine Box bekommen, ja. Mal gucken. Wahrscheinlich nach dem Livestream. Hey, ich war dabei. Ups, kleine, kleine Verzögerung bei EA. Ich muss mal ganz kurz abranten. Der Sims 4 Merch Store hatte auch immer so eine lange Lieferzeit. Das ist so schade, dass die da irgendwie nicht, ich glaube, ja, das kam dann direkt aus den USA, da ist ja logisch, dass es so lange dauert, aber da habe ich mir echt gedacht, boah, ich glaube, das hat wirklich bei mir mehrere Wochen gedauert, bis dann das Zeug mal angekommen ist. Aber, ich hätte jetzt eine wunderbare Überleitung, wenn du an Sims 4 Merchandise kommen möchtest, dann kannst du doch auch einfach bei deinem Lieblingspodcast bei einem Gewinnspiel teilnehmen. Das ist auch möglich. Micha, magst du uns denn da mal mehr zu verraten? Das klingt doch gar nicht so schlecht. Ja, nachdem ich das letzte Mal das so ein bisschen angeteasert hatte, dass wir ja vielleicht ein kleines Gewinnspiel machen könnten, habe ich ganz panisch EA geschrieben, ob sie denn noch irgendwas in ihrem Lager haben. So, ja, so ganz knapp können wir da noch was zusammenstellen. Und tatsächlich habe ich, oh Gott, warte, drei, es sind drei, drei kleine Gewinnpakete, bestehend aus einem Sims Frisbee, einem riesengroßen Sims-Aufkleber, also der Plumbob als Aufkleber, ein Kulturbeutel im Sims 4-Stil und ein kleiner Sportbeutel. Und obendrauf, ich habe bei mir, ich habe meine Wohnung einmal auf links gedreht, ich habe auch noch einen H-Reif gefunden, also drei für jedes Gewinnpaket, einen H-Reif, wo ihr euch den H-Reif schön aufsetzen könnt. Ja, H-Reif, ich habe auch gerade gemacht, dass er ein bisschen Englisch von Ricksburg. Einen H-Reifen, wo man dann diesen Plumbob oben drauf hat. Ich habe jetzt keinen aufgesetzt und ich habe ihn auch nicht in den Griffweite legen, sonst hätte ich ihn... Ach doch, warte, ich habe ihn. Ich habe auch einen, der ist bloß hier oben. Guck mal, so toll sieht das dann aus, so könnt ihr dann durch die Stadt laufen, Fotos machen und uns auf Instagram vertecken. Genau, das sind so die drei Gewinnpakete mit richtigem Merchandise, also richtig zum Anfassen, da bekommt ihr ein Paket. Und wir verlosen auch noch ein paar Origin-Codes für ein paar DLCs, ich habe jetzt leider gerade vergessen für welche, aber das werdet ihr dann auf der Gewinnspielseite erfahren. Wir setzen ein kleines Google-Formular auf quasi und verlinken es dann in den Shownotes. Da könnt ihr einfach draufklicken. Ihr müsst, glaube ich, kein lustiges Quiz oder sowas beantworten, sondern vielleicht einfach nur, sagt uns doch einfach mal, welche eure Lieblingsfolge von Sim gehört ist. Ihr habt nämlich 50 an der Zahl zur Auswahl. Da ist was dabei, ja. Hinterlasst einfach nur eure E-Mail-Adresse und unter allen Teilnehmenden verlosen wir das dann. Dann schlüpfe ich in ein Glücksfee-Kostüm. Das wird leider nicht gefilmt. Und ziehe dann die glücklichen Gewinner. Und dann bekommt ihr eine E-Mail von mir. Vielleicht filme ich dieses Glücksfee-Kostüm, wenn diese Folge hier 50.000 Mal abgerufen wird. Und so, kann ich erst entspannt zurücklehnen. Das war doch eine Herausforderung für euch. Nein, Spaß. Das wollen wir doch alle sehen. Also alles Wichtige dazu findet ihr in den Shownotes mit den Teilnahmenbedingungen und sowas. Dann alles auf dem Google-Form-Dingens und da könnt ihr ganz entspannt teilnehmen. Genau. Genau. An der Stelle viel Glück an alle Teilnehmenden. Und mit etwas Glück bekommt ihr einen so einen wunderschönen Haarreifen und anderes tolles Sims-Merchandise, das man nicht kaufen kann übrigens. Sehr, sehr nice tatsächlich. So den Plumbob habe ich hier oben auch nochmal rumliegen. Einmal in, auch noch, es gibt ja noch diesen leuchtenden und es gibt diesen normalen. Das ist tatsächlich ganz witzig. Es wäre eigentlich echt cool, wenn die Entwickler da doch irgendwie diesen Plumbob einfach für alle irgendwie rausbringen würden. Dann auch im Merch-Store oder so. Würde bestimmt gut weggehen. Aber man, ja, scheinbar irgendwie, ja, sind die Entwickler da noch nicht auf die Idee gekommen. Man weiß es nicht so genau. Aber genau, also schaut mal gerne in der Beschreibung vorbei. Vielen Dank auch nochmal an EA. Genau, vielen lieben Dank. Genau, ja, das ist so unser kleines Dankeschön für 50 Folgen Sim gehört. Ich hätte damals ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir auf 50 Folgen kommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, Lars, als wir so auf die Schnapsidee kamen. Hey, wollen wir nicht mal einen Podcast zusammen machen? Ja, stimmt. Das ist eigentlich schon witzig. Wir haben ja zu Nachhaltig Leben tatsächlich angefangen, oder? Das war, glaube ich, die erste Folge, die wir dann da doch tatsächlich thematisiert haben. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Ganz viele Packs sind dann doch noch erschienen. Wir haben drei neue Erweiterungen seitdem bekommen, die wir dann alle angesprochen haben. Die ganzen Sets, 15 Sets waren es. Und dann auch noch das ein oder andere Accessoire-Pack. Also ehrlich gesagt haben wir schon... Ich glaube, man könnte einen ganzen Tag lang nur Sim gehört hören. Das auf jeden Fall, ja. So viele Folgen haben wir schon zusammen. Wird mir, glaube ich, auch ein bisschen verrückt, aber dann weiß man auf jeden Fall sehr viel mehr zu den Sims. Sehr gut. Also vielleicht auch alle neun, die dann hier ab dem 18. Oktober die Sims 4 spielen und dann zufällig auf einen Sim-Podcast mit diesen hier gestoßen sind. Ihr könnt euch gerne über die letzten zwei Jahre informieren, was so bei den Sims passiert ist, indem ihr es einfach hintereinander weg anhört. Viel Spaß. Mich hat jetzt mal so einfach so grob reingehauen. Was war denn so deine Lieblingsfolge, sagen wir mal so? Ich habe da tatsächlich schon einen im Kopf. Oha. Warte mal, meine Lieblingsfolge. Ich glaube, das war mit einer der ersten, wo wir so ganz allgemein über die Sims-Events und sowas gesprochen haben. Ich glaube, das fand ich ganz, ganz cool. Das wollte ich tatsächlich auch sagen, ja. Die Folge, wie läuft ein Sims-Camp eigentlich ab? Ach ja, genau so. Da konnte ich mich richtig, da konnte ich mich richtig schön zurücklehnen und dir einfach zuhören. Das war tatsächlich sehr interessant. Hat mich ja wirklich über die Sims-Events gesprochen, wo ich da auch immer ein bisschen neidisch hingeschielt habe, als die dann bei euch so anstanden. Das sah immer sehr cool aus. Das war auf jeden Fall immer sehr witzig. Und da gab es dann ja doch das ein oder andere Geheimnis, was du gelüftet hast. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass ich ein bisschen viel aus in die Kästchen geplaudert habe. Aber die EA hat sich bisher noch nicht bei mir gemeldet, dass ich irgendwas rauspiepen muss. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass das schon klar ging. Nee, da war ja alles entspannt. Aber ja. Ja. Keine Verträge hier gebrochen. Kein Stress. Ich halte mich immer sehr strikt an die zigtausenden. NDAs, die ich so unterschrieben habe und immer noch fleißig weiter unterschreiben muss. Und überhaupt. Ups. Ja, genau. Von daher passe ich da schon bestmöglich auf. Sagen wir es mal so. Ja, ich meine, das kann ich aus erster Hand bezeugen. Ich versuche dann auch immer so ganz leicht. Vielleicht eventuell, weil ich ja weiß, dass Micha dann vielleicht schon was weiß, dann da irgendwie versuche ich dann manchmal was raus zu gitzeln. Aber es funktioniert tatsächlich gar nicht so gut. Micha hält da sehr gut auf jeden Fall stand. Aber ja, ich stelle mir das aber ehrlich gesagt auch total, ja, manchmal ein bisschen stressig vor. Du hast dann so die Info irgendwie und dann auch hier im Podcast ist es ja auch manchmal so, dass du dann vielleicht schon was weißt. Und dann muss man immer so überlegen, okay, was weiß ich jetzt, was weiß ich nicht. Das ist dann ja echt manchmal ein bisschen doof. Und du könntest über so viel reden. Ja, das ist das Ding, ja, ich könnte theoretisch über so viel reden, aber ich darf es nicht. Und am Schluss war es tatsächlich, dass das Dreivierteljahr, wo ich hier bei EA Deutschland gearbeitet habe in der PR, da wusste ich halt noch, noch, noch mehr oder so. Oh, verdammt. Wenn ich also irgendeine News geschrieben habe und dann vielleicht irgendwelche Gerüchte aufgekommen sind so, okay, was weiß ich jetzt eigentlich alles über diese Gerüchte und was weiß ich aus anderer Quelle? Da muss ich immer kurz immer so anhauen hier, was weißt du alles zu dem und dem Thema? So, okay, das kann ich alles aufgreifen, gut. Also das war tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Phase. Und weil ich dann auch so wusste, was so die nächsten Monate und alles geplant ist, war es auch so danach dann so, okay, nee, das weiß ich noch nicht offiziell, das darf ich noch nicht. Okay, gut, ja, ging alles hin, alles entspannt. Zum Glück hatten wir damals auch nicht den Podcast, weil ich glaube, das wäre echt nichts, das wäre nichts geworden, glaube ich. Ich hätte mit dir nicht über kommende Spiele reden können. Ja, das glaube ich tatsächlich. Vor allem, ja, sagen wir mal so in dem Beitrag, kannst du dann ja in Ruhe dir angucken, was du da jetzt genau zusammenschreibst und nochmal editieren und so. Und beim Podcast ist es natürlich dann irgendwie ein bisschen schwieriger, wenn man das dann live erzählt. Klar, ich kann hier Sachen rausschneiden. Das ist tatsächlich auch schon mal passiert. Aber, ja, nee, tatsächlich stelle ich mir das auch ganz schön, ganz schön stressig vor, doch. Ja, ansonsten hatten wir ja auch zwischenzeitlich ein paar Gäste bei uns. Das war tatsächlich auch sehr cool. Da kommen vielleicht, können wir ja auch gern mal wieder jemanden einladen. Das ist auf jeden Fall auch immer sehr, sehr witzig. Ich plane immer noch, jemanden tatsächlich von EA Deutschland hier dabei zu haben, die sind ja alle so schüchtern. Aber ich bin demnächst wieder mal in Köln, aber privat. Da treffe ich dann tatsächlich die einen oder anderen, weil sie es dann anbietet. Da werde ich dann nochmal so ein bisschen vorfühlen. Und vielleicht kriegen wir das ja hin, weil ich das ja auch mal ein bisschen spannend fände, so ein bisschen den Punkt darauf zu denken, wie ist es denn so, für die Sims zu arbeiten oder generell in der Spielebranche zu arbeiten. Vielleicht kann man da mal so ein bisschen was rauskitzeln. Genau. Das wäre doch auf jeden Fall wirklich sehr cool. Wir sind dann quasi nah an der Quelle. Das wäre auf jeden Fall doch sehr witzig. Genau. Ansonsten haben wir ja noch ein paar Fragen von euch tatsächlich bekommen. So jetzt zu uns, zu den Sims allgemein, die wir natürlich gerne beantworten wollen. Das ist auf jeden Fall auch noch sehr witzig. Micha hat sich schon eine schlaue Liste zusammengeschrieben an allen guten Fragen. Dann würde ich sagen, kannst du ja einfach mal raushauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich gehe mir ja ganz wild, lunsche ich mit einem halben Auge nach unten auf die Liste, die ich vorbereitet habe. Und zwar, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass die Sims 4 Jahreszeit ja nicht so unbedingt deine Top-Erweiterung ist von allen Erweiterungen, die es so gibt. Aber welche ist denn deine Lieblingserweiterung von allen, die es gibt? Boah, das finde ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen schwierig. Wir haben ja schon mal eine Folge gehabt, wo wir so ein bisschen über unsere Lieblingserweiterung geredet haben. Also ich muss sagen, dass bei mir Werde berühmt auf jeden Fall schon immer eigentlich ganz weit oben war. Finde ich so einfach aus dem Grund tatsächlich, weil es irgendwie gefühlt schon so ein paar verschiedene Gameplay-Aspekte gibt. So dieses Schauspielern war irgendwie ganz witzig. Auch wenn es da teilweise so Stellen gab, die sich dann doch so ein bisschen wiederholt haben beim Schauspielen. Aber es war jetzt auch nicht ganz so schlimm. Und dann allgemein dieses Berühmtwerden fand ich eigentlich ganz witzig. Bei mir wechselt das manchmal auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Manchmal hat man irgendwie so ein bisschen mehr Lust auf das. Dann probiert man irgendwie nochmal was Neues aus, was man vielleicht noch gar nicht so mit den Sims gemacht hat. Hat immer ein ganz guter Tipp. Aber jetzt so in letzter Zeit, die Highschool-Jahre-Erweiterung hatte zwar an sich auch so ein paar Problemchen. Aber da fand ich, war teilweise auch viel Spannendes dabei. Einfach schon allein, dass man mit den Sims mal in die Schule gehen kann, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Der Unterricht ist zwar ein bisschen langweilig, das ist leider ein bisschen schade. Aber so haben die Entwickler da tatsächlich ein paar spannende Ansätze doch mit reingepackt. Was wäre denn da jetzt so deine Antwort gewesen, deine Lieblingserweiterung? Tatsächlich ist es momentan weiterhin Landhausleben, weil es für mich insgesamt eine sehr runde Erweiterung ist. Weil die tatsächlich sehr, sehr durchdacht wirkt und mir echt viel Spaß macht. Gerade auch noch so in Kombination mit Jahreszeiten finde ich das immer so einen netten Wechsel. Und ja, genau, nee, das ist so tatsächlich meine momentan favorisierteste Erweiterung, die ich jetzt gezielt spiele, sag ich jetzt mal. Bei vielen anderen ist es ja so, dass du das Gameplay ja schon irgendwie nutzt, weil es einfach da ist. Das kann man jetzt nicht einfach so ausblenden, aber so gezielt, dass ich jetzt ein bestimmtes Feature aufrufe, indem wir halt so dieses Landhaus, den Schrägstich Bauernhof mit den Kühen und Hühnern, ja, das habe ich mich tatsächlich sehr, sehr drin verloren, muss ich sagen. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ich lade mir andauernd aus der Galerie irgendwelche coolen Landhäuser runter, die einfach wunderschön gestaltet sind, weil die Leute das so unfassbar gut können im Vergleich zu mir. Und verliere mich dann tatsächlich sehr in dieser Detailverliebtheit von diesen Landhäusern, von diesen Bauernhöfen. Das ist halt wirklich sehr, sehr schön. Genau, deswegen macht mir das momentan immer noch mit am meisten Spaß. Definitiv, also da bin ich bei dir. Ich muss zugeben, ich glaube, ich habe gerade Landhausleben echt einfach nicht genannt, weil ich es so spontan irgendwie in meinem Kopf so fast vergessen habe. Aber Landhausleben... Ach ja, das Alter. Ja. Nee, ich bin tatsächlich manchmal echt ein bisschen vergesslich. Nee, aber die Landhausleben-Erweiterung bin ich auf jeden Fall bei dir. Ist auf jeden Fall auch mit auf meiner Liste. Aber ich finde es tatsächlich schwierig, so wirklich zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall mit Abstand meine absolute Lieblings-Erweiterung. Mir sind das dann einfach so ein bisschen mehrere. Ich denke, ja, aber da sind wir auf jeden Fall doch einer Meinung. Dann fand ich eine sehr spannende Frage. Stell dir vor, du bist der Chefentwickler vom nächsten The Sims-Spiel. Wie würde denn dein Basisspiel von Anfang an so aussehen? Boah. Okay, dann müsste ich jetzt erst mal überlegen, magst du direkt mal loslegen? Ich kann gerne mal anfangen. Ich wusste nicht, bei der Frage sehr, sehr schmunzeln. Dachten wir so, okay, wir gehen mal davon aus, dass EA weiterhin der Publisher ist. Dann ist das Basisspiel relativ reduziert. Also du hast irgendwie 70 Euro für das Basisspiel ausgegeben. Du installierst es, hast dann erst mal einen Day-One-Patch, der irgendwie 30 Gigabyte groß ist. Dann öffnet sich das Hauptmenü und dann kommt so, hey, du möchtest Pools? Hier nur 5,99 Euro für den Pool-DLC. Oh, du möchtest Wünsche und Ängste hier nur 12,99 Euro. Und so baust du dir dann individuell dein Basisspiel zusammen. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr lustig. So würde ich aber natürlich niemals das Basisspiel zusammenbauen, weil ich ein viel zu guter Mensch dafür bin. Ja, also das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Nee, aber an sich wäre es tatsächlich so eine Mischung aus Sims 3 und Sims 4. Also Sims 4, nachdem da die ganzen 89 fehlenden Features drin sind. Aber halt eine offene Welt, ein paar coole Nachbarschaften. Die Jahreszeiten würde ich tatsächlich schon mit ins Basisspiel bringen, weil das für mich sehr, sehr essentiell ist. Ich weiß, dass das so nach den Haustieren die meistverkaufteste Erweiterung ist. Und kann dann den finanziellen Aspekt da durchaus nachvollziehen. Aber ich dachte mir so, ach komm hier, gönnt euch die Jahreszeiten. Und ich bin mal nicht so, macht dann aber ein Basisspiel 10 Euro teurer. Völlig legitim. Muss ja alles bezahlt werden. Genau. Und ja, tatsächlich würde es so aussehen. Tatsächlich sowas wie Haustiere und sowas würde ich schon auch auslagern in eine separate Erweiterung. Weil jetzt auch nicht alle so Bock drauf haben auf die Haustiere. Und man so dann vielleicht noch mal mehr Kapazitäten auf die Entwicklung packen kann. Dass da ein bisschen mehr Zeit reingesteckt werden kann. Ein bisschen mehr Gehirnschmalz und sowas. Aber ja, Wetter und aktive Karrieren, das wären so glaube ich bei mir mit im Basisspiel auf jeden Fall mit drin. Weil das so schon eher grundlegende Features sind, die ich da drin sehe. Ja. Und dann ganz viele DLCs. Ja, also ich finde deinen ersten so wie den zweiten ein bisschen, ja, sagen wir mal, so wie du es dir wünschst. Den Ansatz tatsächlich sehr spannend, ja. Also tatsächlich, ja, eigentlich muss man es echt so sagen. Allein schon wenigstens so die Wettereffekte. Wenigstens so ein bisschen Regen oder so. Sowas wäre eigentlich schon ganz cool, wenn wir das im Basisspiel hätten. Wird wahrscheinlich auch bei The Sims 5 nicht passieren. Gehe ich nicht davon aus. Aber es wäre irgendwie tatsächlich eigentlich, ja, es gehört ja einfach mit dazu so. Bei The Sims 2, kleiner Funfact, war das ja tatsächlich sogar fürs Basisspiel geplant. Es gibt, glaube ich, ein Cheat, mit dem du sogar so Regeneffekte anmachen kannst. Der funktioniert aber nicht so richtig. Und dann regnet es irgendwie auch im Haus der Sims irgendwie. Das haben die Entwickler scheinbar nicht korrigiert bekommen bis zum Release. Und dann haben sie dann doch das dann in eine eigenständige Erweiterung ausgelagert. Fand ich tatsächlich sehr spannend. Nee, aber um auf deine Frage zurückzukommen, beziehungsweise die Frage aus der Community, muss ich sagen, ja, also auf jeden Fall eine offene Welt wäre sehr cool. Ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass wir da wirklich so einen Welteneditor bekommen würden. Im Spiel auch noch. Das wäre sehr cool. Also nicht wie in The Sims 3, dass man irgendwie so ein paar Bäumchen hinpflanzen kann und da mal ein Grundstück hinpackt, was sowieso nie richtig funktioniert, weil die ganze Welt so hügelig ist, dass da immer diese nervige rote Anzeige kommt, dass man das Grundstück da nicht hin platzieren kann. Sondern richtig ein Editor, den vielleicht dann auch ähnlich wie die Entwickler das dann machen, dass man da ganz viele Dekoobjekte hinpacken kann. Oder vielleicht, dass man so Module irgendwie hat in der Welt und dann kann man da quasi, dann muss man das nicht alles komplett selber so bauen, sondern man hat so Presets von so Quadraten und die setzt man dann so aneinander und so kann man sich irgendwie in eine Welt formen. Das fände ich auf jeden Fall ganz cool. Das würde dann vielleicht ein bisschen so von diesem normalen Sims-mäßigen weggehen, aber ich fände es halt trotzdem einfach eine coole Erweiterung für Spiel, dass man einfach dem Spieler da so ein bisschen mehr Freiraum gibt. Das fände ich jetzt tatsächlich auch nicht so schlimm auf jeden Fall. Fände ich auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool. Ansonsten, Micha, den Gedanken hatte ich auch mal letztens. Es wäre doch irgendwie richtig witzig, wenn man quasi, ja, irgendwie manche Bereiche von der Stadt irgendwie nicht erreichen könnte, weil man kein Auto zur Verfügung hat. Und dann ist man da erstmal so ein bisschen eingeschränkt und je nachdem, was du dann irgendwie für, ja, Autos oder, ja, Möglichkeiten hast, dann kannst du erst dann irgendwie weiter so ein bisschen in der Stadt vorankommen. Das fände ich auf jeden Fall sehr witzig. Auch bei The Sims 4, dass man da so eine Limitation hätte irgendwie. Du kannst, wenn du in Willow Creek wohnst, nicht so einfach nach Sanmai Shuno direkt kommen, was ja eigentlich an sich auch so ein bisschen unlogisch ist. Das fände ich auf jeden Fall ganz spannend. Und, ja, sehr viel, sehr viel Family-Gameplay. Die Fähigkeiten könnte man erweitern, dass man nicht immer nur stumpf irgendwelche Bücher lesen muss, um aufzusteigen, sondern da dann auch so ein paar mehr Zweige hat vielleicht irgendwie. Ich glaube, es gäbe schon noch ein paar coole Sachen für ein perfektes The Sims-Basis-Spiel. Auch wenn da vieles ein bisschen unrealistisch ist. Aber deine Ideen fand ich tatsächlich auch ganz lustig, ja. Also Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele, was man da so machen kann. Ja, gell. Ich bin wirklich sehr gespannt, was sich für ein potenzielles The Sims 5 so schönes ausgedacht haben. Wo du aber meintest, ja, das mit den Reisen zwischen den Welten. Ich fände es tatsächlich ganz nett, wenn da tatsächlich auch Zeit vergehen würde. Also wenn da eine gewisse Entfernung da ist. Stimmt. Und ich nicht irgendwie 16 Uhr mein Grundstück verlasse und 16.01 Uhr bin ich in Sanmai Shuno, sondern es ist dann halt 18 Uhr irgendwas, weil du halt erst mal in die Stadt gefahren bist oder so. Das finde ich tatsächlich auch eine nette Idee, dass man sowas mit einkalkulieren könnte. Das wäre mega, ja. Vor allem stimmt, da erinnere ich mich gerade so ein bisschen an The Sims 2. Da war es ja so, dass wenn du, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, du bist quasi, warst auf einem Gemeinschaftsgrundstück. Da war Nacht, dann bist du heimgefahren und dann war da aber dann irgendwie Tag. Das war immer so ein bisschen leicht unlogisch, aber... Obwohl, ne, in einer gewissen Weise war das dann ja quasi das, was du gerade angesprochen hast. Aber wahrscheinlich eher nicht als Feature, sondern einfach, ja. Die haben es leider nicht hinbekommen, da das eigentlich Grundstück weiter zu simulieren, sondern bist dann da wieder angekommen. Als du es verlassen hast, das war so ein bisschen, aha, merkwürdig, ja. Da war das Thema auch nicht ganz so ausgereift, sagen wir es mal so. Das stimmt wohl, ja. Aber ja, das ist spannend. Mal gucken, ob wir uns denn mit der Realität messen können, mit unseren Vorstellungen. Beziehungsweise, ob sich die Realität mit unseren Vorstellungen messen kann. Ich habe auf jeden Fall schon die ganzen Artikel vorbereitet mit Diese 155 Features aus The Sims 4 hat die Sims 5 nicht. Bäm. Oh nein. Nein, das hoffentlich nicht. Also mich ja irgendwie, ich habe so, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu naiv, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Entwickler das in der Art und Weise bei The Sims 5 nicht machen werden. Dass dann irgendwelche krass großen Features fehlen. Ich habe so einfach den Gedanken, dass sie da dazugelernt haben. Aber man weiß es natürlich nicht. Das ist jetzt auch einfach nur so ein Bauchgefühl. Denkst du denn, dass, also bist du da eher zuversichtlicher, dass wir da ein rundes Basisspiel bekommen? Oder glaubst du, dass es da dann auch vielleicht so kleine Zickereien geben wird, wie es bei The Sims 4 am Anfang der Fall war? Ähm, also dass es da irgendwelche Diskussionen geben wird mit, äh, warum ist denn das da nicht drin? Das ist so sicher das Arm in der Kirche. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass sie sich genug Zeit eingeplant haben. Ich meine, sie haben ja jetzt eigentlich an sich keinen, ähm, keinen zeitlichen Druck, dass das Ding jetzt unbedingt bis Zeitpunkt X rauskommen muss, weil, also, Sims 4 läuft halt immer noch wie bescheuert. Also, ähm, wir haben jetzt wirklich keinen, keinen Druck, dass sie sagen, oh Gott, das, das Ding wird nicht mehr gekauft. Wir müssen jetzt unbedingt neue Sims rausbringen, sonst laufen uns die ganzen Spieler weg. Das ist ja definitiv nicht der Fall. Ähm, weshalb, ähm, sich eigentlich diese Entwicklung relativ entspannt, ähm, vonstatten gehen könnte. Ähm, natürlich muss es irgendwann mal so einen Stichtag geben, wo man sagt, dahin wäre es schön, wenn es ja mal draußen ist, weil sonst, äh, bringt es auch nichts mehr. Ähm, aber ich hoffe tatsächlich, dass, ähm, sie da mehr Zeit in die grundsätzliche Konzeption gelegt haben und sich da das grundsätzliche Spiel, ähm, nicht nochmal mitten in der Entwicklung ändert. Das war ja bei Sims 4 das Problem. Also, Sims 4 war halt als Online-Komponente, mit einer sehr starken Online-Komponente ursprünglich geplant, äh, bis dann, äh, das letzte SimCity rauskam, was auch so eine Online-Komponente hatte und das Ding ist gegen die Wand gefahren. Ähm, deswegen haben sie das ja ... Das war echt schrecklich. Deswegen haben sie das ja alles bei Sims 4 wieder ausgebaut, ähm, und das hat man im Spiel halt auch angemerkt. Und ich glaube, ähm, wenn das von Anfang an nicht eingeplant gewesen wäre, dann, ähm, wäre auch die Basis irgendwie ganz anders gewesen. Ähm, was jetzt nicht entschuldigt, dass da sowas Grundlegendes wie Pool zum Beispiel nicht mit drin ist, weil das ist halt wirklich ein Grundlegendes-Feature. Ähm, das stimmt wohl. Also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es jetzt so, äh, ein Hackmack wird wie bei Sims 4. Ich habe jetzt aber gerade, ehrlich gesagt, nicht auf dem Schirm, wie die letzten Spiele-Releases von EA allgemein so aussahen, ob es jetzt irgendwelche, ähm, größeren Desaster waren oder ob die tatsächlich fertig rauskamen, ähm, weil da jetzt irgendwie auch nichts Spannendes rauskam von EA. Also, das nächste große Spiel von EA, auf das ich hinfiebere, ist das nächste Dragon Age. Und wenn sie das, äh, verkacken, dann bin ich sehr, sehr böse. Ähm, ich habe aber halt sowas mitbekommen, wie, keine Ahnung, hier Cyberpunk oder sowas, ja komplett, äh, gefühlt unspielbar war, äh, wo er auch sogar halb riesengroß war. Ja, stimmt, ja. Ähm, deswegen hoffe ich einfach mal, dass das jetzt nicht so, äh, ein riesiges, äh, Bug-Desaster wird, sondern dass, ähm, da einfach sehr viel Zeit in eine sehr gute Grundlage steckt wird, weil, äh, den Entwicklern ja auch klar ist, ähm, dass, dass ja so die Basis dann für die nächsten Jahre auf jeden Fall legen wird. Und wenn jetzt Sims 4 schon acht Jahre, ähm, läuft, gehe ich halt nicht davon aus, dass sie dann einen Nachfolger jetzt nur für vier Jahre einplanen oder sowas, sondern da sicherlich auch dann einen ähnlichen Zeitraum mit einplanen wollen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es allen Verantwortlichen bei EA bewusst ist, dass sie das bitte nicht versorgen sollen. Ja, das stimmt wohl, ja. Ich weiß auch nicht, also ich hatte auch das Gefühl, dass die Sims 4 erst nach und nach auch so ein bisschen ins Rollen kam, so. Das ist jetzt so, so mein Gefühl irgendwie, dass es jetzt vielleicht sogar ein bisschen stärker war als noch so am Anfang, so. Und, ja, vielleicht lernt dann EA da ja auch so ein bisschen da dazu. Klar, ähm, so, wenn man jetzt aus der Sicht von EA denkt, theoretisch, äh, für sie ist es nicht so schlimm, wenn sie dann irgendwelche Features rauslassen und die dann irgendwie nachbringen. Sie können dann das Spiel irgendwie früher raushauen. Aber irgendwie denke ich halt, dass, ähm, ja, dass dann vielleicht am Anfang auch die Sims 4 schon dann ordentlich geschadet hat doch. Dass, äh, dann auch die Sims 4 ja mit so einem, mit so negativer Presse dann auch so gestartet ist. Darüber wurde natürlich auch sehr viel berichtet, zu Recht. Und vielleicht, äh, wollen sie das halt bei die Sims 5 dann so ein bisschen verhindern. Und, ähm, ja, ist natürlich schwierig zu sagen. EA ist natürlich an manchen Ecken immer so ein bisschen, ja, sagen wir mal, leicht kapitalistisch ausgelegt, so die, da gibt's dann mal das ein oder andere Spiel, was dann ein paar mehr Microtransaktionen drin hat, oder wo mal ein paar mehr Bugs drin sind. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber irgendwie, ja, es ist so ein unbegründetes Bauchgefühl bei mir, dass ich da irgendwie doch noch einigermaßen optimistisch bin. Das wird sich dann auf jeden Fall noch zeigen. Ich bin sehr gespannt, wenn's jetzt wirklich am 18. soweit sein sollte. Man weiß es ja immer noch nicht so ganz. Das sehen wir dann. Genau. Und, äh, wie auch schon das jetzt mal gesagt haben, jetzt zwischen der möglichen Ankündigung am 18. und einem möglichen Release werden auf jeden Fall noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre. Stimmt, ja. Also das Ding wird jetzt nicht nächsten Monat rauskommen oder so. Ähm, deswegen, ähm, ja, da wird noch, äh, viel Wasser die Elbe hinunterfließen. Ähm, und da kann noch einiges dann auch in der Entwicklung passieren, hoffentlich. Genau. Ähm, und dann schauen wir einfach mal. Muss man auch immer dazu sagen, ja. Wo wir jetzt aber schon so ein bisschen schwarzmalerisch unterwegs sind, das war auch eine Frage, die uns erreicht hat. Ähm, stell dir vor, es gibt einen Sim-Konkurrenten, der tatsächlich auch ganz gut ist und vielleicht sogar besser ist als die Sims. Ähm, würdest du denn dann den Sims den Rücken kehren oder würdest du auch weiterhin bei, äh, den Sims bleiben? Boah, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also, so doof, wie es klingt, ich rechne gar nicht damit, dass wir in einer gewissen Weise von zum Beispiel irgendeinem anderen Publisher, Ubisoft oder so oder Nintendo, irgendwie mal sowas wie die Sims bekommen werden, weil es irgendwie, das Prinzip Sims gab es ja nur irgendwie, wie bei den Sims und halt sonst nicht mehr so wirklich in dem Ausmaß tatsächlich. Aber um auf die Frage zu antworten, ich denke fast, ich würde beides im Auge behalten. Weil auch wenn die Sims natürlich immer so ein paar Problemchen haben, ist ja jetzt nichts Neues, ähm, mag ich doch die Sims sehr gern und auch den Humor und alles, was damit zu tun hat. Und, äh, jedes Pack ist ja auch immer irgendwie relativ spannend. Deswegen könnte ich mir echt vorstellen, dass ich dann beides verfolgen würde auf jeden Fall. Ich meine, wenn es dann wirklich so ist, dass, ähm, ein möglicher Sims-Konkurrent besser ist als, ähm, die Sims, wäre das natürlich, ja, würde ich mich da jetzt auch nicht weigern, das irgendwie zu spielen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, es gibt ja viele, die dann meinen, nee, irgendwie dann ist es nicht mehr die Sims, aber wenn es halt vom Prinzip auch in die Richtung geht und dann doch einige Sachen besser macht und man einfach allgemein mehr Spaß damit hätte, warum denn nicht? Also ich denke, da wäre ich bei, bei beiden. Wie wäre es denn so bei dir? Bist du da auch eher so, dass du sagst, okay, die Sims ist irgendwie Kult, so, und da, da würdest du jetzt nicht von weggehen? Oder wie, wie siehst du das so? Ähm, nee, also, da bin ich jetzt, ähm, auch relativ offen für, für andere Sachen. Also generell bin ich auch, ähm, bei anderen Spielereien irgendwie immer so ein Fan davon, wenn es jetzt auch was anderes Ähnliches gibt, äh, warum das nicht ausprobieren? Ähm, ich sehe jetzt auch nicht immer dieses, äh, du kannst nur das oder das, sondern, äh, man kann ja auch beides, äh, parallel spielen und dann so die Vorzüge der einzelnen Sachen, ähm, durchaus ausnutzen, warum nicht? Und, äh, grundsätzlich, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also, wenn da tatsächlich ein Konkurrent kommen sollte, der tatsächlich auch Dinge besser macht, dann kann das, äh, tatsächlich auch sehr gute Einflüsse auf, äh, die Sims haben, weil die Entwickler dann irgendwie im Zugzwang sind und, ähm, man hat nicht so der Platzhirsch ist mit so, naja, wenn dir unsere Lebenssimulation nicht gefällt, dann such dir doch eine andere. Also, aha, ha, ha, äh, ähm. Gibt's gar keine. Ja, deswegen. Ganz einfach. Ähm, und auch bei anderen Spielereien, also, keine Ahnung, ich war früher ein riesengroßer Fan von Rollercoaster Tycoon, hier dieser, äh, Freizeitpark-Simulation. Oh, same, ja. Da gab's dann auch Konkurrenten, wo ich denke, ja, warum spiel ich auch? Die machen mir auch Spaß. Ich hab aber trotzdem noch auf meinem iPad das uralt, äh, Rollercoaster Tycoon drauf, weil das halt so ein bisschen Nostalgie auch wieder hat und es macht immer noch mehr Spaß. Definitiv. Ähm, deswegen, ähm, nur weil da irgendwie was anderes, ähnliches erscheint, heißt es nicht, dass ich jetzt das Original, sag ich jetzt mal, äh, dann komplett außen vor lasse. Ähm, und, äh, was es so, äh, ähm, sometimes an sich betrifft, würde ich halt einfach gucken, okay, ähm, kann man vielleicht, wenn das Interesse groß genug ist und Überstallungen relativ ähnlich sind, vielleicht am Ende vielleicht sogar über beides berichten oder sowas. Das wäre für mich auch, ne, durchaus, ähm, denkbare Art und Weise, ähm, das mit aufzugreifen. Ähm, von daher, ähm, ist das jetzt nicht komplett ausgeschlossen, dass ich auch für andere Lebenssimulationen tatsächlich, äh, Interesse hege. Also, warum nicht? Klar, ja. Doch, da bin ich tatsächlich bei dir. Wie siehst denn du das eigentlich so mit, äh, mit Paralives? Darüber haben wir, glaube ich, tatsächlich noch nie in diesem Podcast geredet. Das, äh, für alle, die es nicht wissen, es gibt, ja, sagen wir auch mal, eine Art Lebenssimulation, die Paralives heißt, die scheinbar in der Entwicklung ist, glaube ich, schon seit ein paar Jahren, seit irgendwie zwei, drei Jahren oder so, die, von einem ganz kleinen Team, das sind, glaube ich, irgendwie nur sechs Leute oder so, die immer gerne auf Twitter für Furore sorgen, weil sie irgendwelche krassen Features zeigen, die es in die Sims 4 nicht gibt, irgendwie Sims, die man in der Höhe anpassen kann und so weiter. Ähm, wäre jetzt vielleicht auch so der Gedanke, ob das schon theoretisch an die Sims ranreichen könnte, ob das ein möglicher Sims-Konkurrent ist. Darüber haben wir im Podcast tatsächlich noch nie geredet. Wie siehst denn du das? Denkst du, da könnte noch was draus werden? Oder wie stellst du das da so vor? Also tatsächlich war Paralives für mich immer so ein Backup-Thema, wenn wir nichts Neues finden. Ähm, hätte ich tatsächlich mal in einer Folge, die wir da auch immer gesprochen. Ähm, ich habe ich jetzt mit dem Spiel aber tatsächlich auch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Also ich sehe natürlich auch immer so ein paar Videos davon, dann auf Twitter, weil ja natürlich in der Sims-Community auch gerne rumgereicht werden. Ähm, es sieht an sich so vom Grundgedanken her schon sehr interessant aus, aber so... Ja, das große Ganze muss man halt sehen. Ich meine, ja, diese einzelnen Ausschnitte, echt cool und das kann tatsächlich was werden. Aber es muss dann halt im großen Ganzen funktionieren und dann auch ein längerfristig halt auch Spaß machen und so. Ähm, das ist so ein Aspekt und mir gefällt es optisch tatsächlich gar nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Der Stil ist ja, wenn wir es jetzt mit The Sims 4 vergleichen wollen, bei The Sims 4 ist noch so eine Mischung aus, in einer gewissen Weise, die Sims sehen es von den Gesichtspartien und so sogar noch einigermaßen realistisch aus. Jetzt bis auf die Haare, die sehen immer aus wie Knete. Aber halt so kombiniert mit so einem Comic-Stil und bei Paralives ist es ja tatsächlich so, dass es nur, würde ich jetzt mal behaupten, noch ein bisschen stilisierter ist und noch mehr in diese Comic-Stil-Richtung geht. Ja, so ganz zusagen tut mir der Stil auch nicht. Aber ich finde es auch sehr spannend und ich kann mir auch vorstellen, dass da tatsächlich was draus wird. Aber ich muss auch sagen, das Spiel ist ja irgendwie, jetzt glaube ich wirklich seit 2019 oder so in Entwicklung. Und klar, Spielentwicklung braucht immer Zeit. So wie ich das verstanden habe, die Sims-Spiele sind ja auch immer so drei, vier Jahre in Entwicklung. Aber bei Paralives habe ich das Gefühl, am Anfang war der Hype echt groß und die Entwickler zeigen ja auch immer irgendwelche Sachen. Aber es ist so richtig wie ein richtiges Spiel. Da fühlt es sich so von den Bildern noch nicht an. Das ist ja auch logisch, es ist noch in der Entwicklung. Aber ich frage mich halt, ob das tatsächlich funktioniert, dass so ein kleines Team aus nur vier Leuten oder wie viele auch immer es sind, es ist vier bis sechs oder so, dann tatsächlich so ein Riesenprojekt auf die Beine stellen können, wie es halt mit den Sims so ein bisschen der Fall ist. Da, das zeigt sich dann tatsächlich noch. Also möglich ist das auf jeden Fall. Ich meine, Minecraft wurde, glaube ich, von einem Typen programmiert. Stimmt, ja. Das Ding hat Microsoft vor ein paar Jahren für mehrere Milliarden gekauft. Und dann war doch hier noch dieses andere, dieses eine Pixelspiel, wo du da immer ganz viel fahren musstest. Stardew Valley. Ja, das war doch auch eine Person oder zwei maximal. Genau. Nee, es war eine, die alles gemacht hat. Soundtrack, Texturen, das ist richtig krass, ja. Also möglich ist das schon durchaus. Das dauert natürlich alles deutlich länger, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute dran setzen kannst. Ganz klar. Und am Ende unterstellt man den Menschen natürlich auch deutlich mehr Herzblut, weil niemand steckt freiwillig so viel Lebenszeit in einem Projekt, wenn da keine Leidenschaft dahinter ist. Ich weiß nicht, warum ich spreche. Deswegen, ja, ist das jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, dass es jetzt nur so ein kleines Team ist. Aber tatsächlich mit der Konkurrenzfähigkeit wird es dann ein Ding, weil Minecraft hatte, glaube ich, also es war so schon gefühlt einzigartig, muss ich sagen. Stardew Valley habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, was da jetzt so war. Da ist vielleicht so was wie Animal Crossing, so ganz grob konkurrent. Aber das existiert auch beides parallel und hat beides große Fan-Communities. Wenn da jetzt Paralives seine eigene Nische findet und nicht einfach nur, dass andere Sims ist, dann, warum nicht? Dann sehe ich da jetzt keine Probleme, warum das nicht auch erfolgreich werden könnte. Wenn es jetzt aber tatsächlich einfach nur ein Sims mit einem anderen Grafikseo oder sowas ist, dann fehlt so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, muss ich sagen. Außer, dass es vielleicht mehr Features hat. Das stimmt, ja. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt der Verkaufsschlag, dass man sagen kann, hey, wir sind genauso wie die Sims, wir können nur mehr. Okay, aber. Genau, das ist dann so ein bisschen schwierig, glaube ich, dann am Ende. Da ist was dran. Vielleicht, wenn sie es schaffen würden, Sims-Erweiterungsinhalte irgendwie mit ins Basisspiel zu packen, auch wenn das wahrscheinlich so ein bisschen schwierig wird. Ja, aber ich muss auch sagen, ich verfolge das einfach gerne auf Twitter. Es ist irgendwie cool zu sehen, was da so für Ideen immer bei rumkommen. Und diese Videos sind teilweise auch sehr eindrucksvoll. Und sollten auch für die Entwickler von den Sims, glaube ich, eine ganz gute Inspirationsquelle darstellen. Durchaus, ja. Doch, aber finde ich auch immer sehr spannend, das mir anzugucken. Ja, dann, wir haben ja gerade so ein bisschen über das Entwicklerteam gesprochen. Wer ist denn eigentlich dein Lieblings-Sim-Guru? Boah. Das ist eine gute Frage. Danke. Also tatsächlich mochte ich Sim-Guru Graham immer sehr gerne, der ja schon seit Die Sims 3 dabei ist, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Oder sogar noch länger. Also seit Die Sims 3, ich glaube, sogar noch länger, ja. Ah ja, ja. Doch, also Sim-Guru Graham finde ich tatsächlich immer sehr cool. Das, ja, ich kann mich noch an den Entwickler-Stream erinnern, wo er neben, wie hieß der nochmal? War das Grand, Grand Rodiac, glaube ich? Nee, nee, das war ein anderer. Der mit diesem schwarzen Polo-Shirt, weißt du noch? Ja. Da gab es so einen halbstündigen Stream. Wie hieß der? Wie hieß der nochmal? Gute Frage, nächste Frage. Genau, nee, irgendwie der Livestream ist bei mir besonders in Erinnerung geblieben. Aber sonst finde ich das schwierig, ehrlich gesagt. Und bei dir so? Ich habe tatsächlich zwei. Also Graham gehört auch mit dazu. Vor allem, weil er damals, als es noch diese Events vor Ort bei EA in Köln vor allem gab, er da sehr häufig auf diesen Entwicklertouren war und dann dafür Interviews zur Verfügung stand. Das heißt, man hat sich da schon sehr häufig dann auch immer gesehen. Oder auch wenn ich jetzt bei Events in San Francisco war, hat man es dann immer wieder gesehen und mich dann auch wiedererkannt, was natürlich auch sehr schön ist. Da haben wir immer so ein bisschen geplaudert. Ich hatte auch einmal zu Diesems Drei-Jahres-Zeiten was, glaube ich, ein sehr, sehr lustiges Interview mit ihm gehabt. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil er tatsächlich auch auf sehr viele Fragen immer so sagen musste, ah, ich kann es da ja nicht kommentieren, ich kann es da ja nicht kommentieren, ich dann irgendwie so ein Bullshit-Bilgut draus gemacht habe. Ich dachte, warte mal, ich glaube, auf diese Fragen kannst du auch eigentlich antworten. Er so, hm, 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 hm. Das war so lustig. Oh, Mann. Dann, ähm, die zweite ist Jim-Guru, 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 Jim-Guru-Jill, so rum. Ah. Mit ihr habe ich tatsächlich auch primär bei den Events drüben in San Francisco immer sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Sie hat, kam immer an mit, oh, Michael, I can say some German words. Und da hat sie immer gesagt so, wo ist der Käse? Und immer, wenn wir uns gesehen haben, als sie mich begrüßen, dann so, wo ist der Käse? Das war so, das war so unser Running-Gag. Also wirklich bei jedem Event kam sie an. Äh, ich bin mit ihr jetzt auch auf, äh, seit einiger Zeit auf Facebook, äh, verknüpft. Und das schreiben wir auch ab und zu. Jetzt hatte ich ja letztens Geburtstag gehabt. Sie schreibt mir so auf die Pinnwand, Happy Birthday and wo ist der Käse? Ja, so. Da denken sich deine anderen, äh, Freunde, die nicht Sims spielen, auch so, hm? Ja, äh, also das hatte ich so ein kleiner Insider. Das finde ich sehr, sehr niedlich. Ähm, und ich habe mich mit ihr tatsächlich immer auch sehr, sehr gerne unterhalten. Sie brennt auch wirklich sehr für das Spiel. Also das, ähm, hat tatsächlich immer sehr viel Spaß gemacht, sie zu treffen. Ähm, genau, also die beiden, ähm, mag ich wirklich sehr. Das glaube ich, ja. Das ist dann doch tatsächlich ganz cool. Hast du auch, hast du auch den Klassiker gemacht und dir dann so ein paar deutsche Schimpfwörter beigebracht? Das macht mir gefühlt immer, wenn irgendjemand dir Spanisch kann. Ne, das habe ich mir dann noch verkniffen. Ähm, ich glaube, sie wollte auch mal wissen, was heißt eigentlich wo ist der Käse? Und ich so, äh, ja, where is the sheet? So, ah, das ergibt irgendwie keinen Sinn. So, mhm. In welchem Kontext hast du diese deutschen Wörter gelernt? Ja, gute Frage. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, daran erinnere ich mich immer wieder sehr, sehr gerne und ich hoffe, dass, äh, sie vielleicht irgendwann mal auf einer Gamescom oder sowas mal wieder mit dabei ist. Ähm, ich würde mich sehr freuen, sie bald wieder zu sehen. Genau. Das, das wäre echt cool, ja. Vor allem die, die Gurus waren ja tatsächlich, glaube ich, schon mal auf, äh, auf der Gamescom vertreten, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch im öffentlichen Bereich irgendwie. Ja, also gerade, ähm, als Sims 4 damals rauskam, ähm, da war ja die Gamescom irgendwie zwei Wochen vor dem Release von Sims 4. Da waren tatsächlich sehr, sehr viele Sim-Glues, äh, vor Ort in Köln und sind dann da auch über den Showfloor gelaufen. Ja. Das ist tatsächlich bestimmt auch ganz cool. Da war ja auch das erste Sims-Camp. Hm. Und aber du, du hast keine Geheimnisse rausbekommen. Nee, die, äh, sind dann noch verschwiegender als ich, sagen wir es mal so. Oh. Ja, müssen sie natürlich auch. Es wäre natürlich auch geil, wenn so ein, so ein Leak hier an den Tag kommt, aber nee. Oh, du wirst es gar nicht gestern, dass, glaube ich, auch Twitter stehen würde, wenn sich da irgendeiner verplaudern würde. Da, da, da ist was dran, ja. Ähm, also ich hab da noch zwei, ähm, mega krasse, äh, Metafragen so ein bisschen. Also eine zumindest. Ähm. Ja, zwei. Ähm, aber erst mal noch was, was entspannt ist. Und zwar, ähm, stell dir vor, du müsstest ein wichtiges Gameplay-Feature von DSM 4 ändern oder ersetzen. Was wäre es? Boah. Und ich kann sagen, es sind die Emotionen. Ähm, ich würde sie jetzt nicht ersetzen, aber wir hatten, glaube ich, jetzt auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, die Emotionen waren ja am Anfang so das Feature, also Emotional Sims with Emotions. Stimmt, ja. Ähm, ich erinnere mich an die Pressekonferenz. Ähm, das war ja wirklich das Ding und alles hat mit Emotionen zu tun und so. Jetzt ist das, glaube ich, gar kein Thema mehr. Stimmt, ja. Ehrlich gesagt, als du mir gerade die Frage gestellt hast, ist mir das auch so zuerst in den Kopf geschossen, weil es halt wirklich, ja, im Nachhinein nicht den Umfang hatte, den man da am Anfang erwartet hat. Erstens das. Ja, vor allem wäre es ja ganz cool gewesen, wäre das Feature nicht mit reingekommen, hätten die Entwickler ja, äh, einfach Zeit für andere Sachen gehabt. Und da hätte ich dann das tatsächlich auch irgendwie... Ja. Wetter. Präferiert. Geister. Keller. Ah. Wendeltreppen. Ach, Mann. Offene Nachbarschaft. Michael könnte den ganzen Abend noch so weitermachen, ja. Ohne Witz. Ja, schon ein bisschen traurig. Aber, ja. Wer hätte am Anfang bei The Sims 4 gedacht, dass die Emotionen mal das unwichtigste Feature werden, dann doch werden wird. Weil irgendwie am Anfang hat schon, also ich weiß nicht, wie das so bei dir war, aber in den Trailern, als sie das dann auch so vorgestellt haben, hat das richtig Eindruck gemacht. Und es war ja auch irgendwie eine coole Idee, die irgendwie Sinn gemacht hat. Aber im Nachhinein, es hat dann halt einfach... Ja, also klar, die Sims haben dann so andere Animationen. Und manchmal gibt es dann neue Interaktionen oder auch, keine Ahnung, dann heißt... Wie heißt die Interaktion? Ich glaube, wenn der Sim wütend ist und er aufs Klo gehen will, dann kann er ein ärgerliches Häuflein machen. Das ist dann auch irgendwie... Ja. Ich finde diese Formulierung immer noch so geil. Aber sonst ist... Ja, so richtig viel ändern tut es halt tatsächlich nicht, nee. Nee, und diese ganzen Kleinigkeiten sind jetzt auch, glaube ich, auch verloren gegangen. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt so bei den ganzen neuen Gameplay-Features, die irgendwie reinkamen, dann da großartig so... Dass nochmal berücksichtigt wurde, dass es dann für jede Emotion irgendwie vielleicht nochmal irgendwas anderes gibt. Also klar, die verhalten sich irgendwie schon noch ein bisschen anders. Aber so wirklich, dass da jetzt irgendwie eine spezielle neue Interaktion oder sowas da ist, ist tatsächlich so gefühlt zumindest sehr, sehr wenig geworden. Das fand ich halt dann auch so ein bisschen schade. Das stimmt, ja. Ich habe also ein bisschen die Vermutung, dass vielleicht das Thema Emotion in einem potenziellen DS-Sims-Film vielleicht nicht mehr ganz so vordergründig sein wird. Weil sie wahrscheinlich auch dachten, Gott, wir müssen jetzt für jede Animation da fünf verschiedene Sachen machen. Wer hat sich denn den Scheiß eigentlich ausgedacht? Ja. Ups. Sie proben sich selber einfach die Arbeit auf. Ja, ja. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Ich habe noch eine Meta-Frage. Warte, wo habe ich sie? Habe ich sie gar nicht mehr aufgeschrieben. Ach doch, hier. Was wäre aus euch geworden, wenn es DS-Sims nicht gegeben hätte? Wärst du trotzdem YouTuber geworden für, keine Ahnung, oder Coaster Tycoon? Das wäre tatsächlich witzig. The Witcher 3 oder so. Just Dance. Oh ja. Ich zeige euch, wie ihr hier den Highscore heute knacken könnt für, keine Ahnung, letzte, keine Ahnung, wo so die Gaga dann so, und da müsst ihr ja drauf achten, da kommt gleich so eine schwierige Schrittfolge nach vorne. Das war tatsächlich irgendwie witzig. Großer Leak, das sind die nächsten fünf Songs bei Just Dance 31. Ich glaube, du hast gerade meine Zukunft prognostiziert. Aber, äh, das wäre schon irgendwie witzig. Es gibt ja, glaube ich, sogar echt für Just Dance so, äh, quasi auch so Sims-Kanäle in dem Sinne, bloß halt mit Just Dance. Also, es gibt ja für alles irgendwie natürlich immer die passende Fanbase. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie sehr witzig. Nee, aber tatsächlich wahrscheinlich nichts. Also, ich glaube, hätte es die, äh, Sims nicht gegeben, dann hätte ich ganz normal gearbeitet, wie ich das jetzt auch mache. Aber, ähm, in dem Sinne hätte sich wahrscheinlich gar nicht so viel geändert, tatsächlich. Für mich, ja, ich lüfte jetzt hier mal so ein kleines Geheimnis. Es müsste auf YouTube immer noch einen ganz, ganz, ganz alten YouTube-Kanal von mir geben, wo ich mit, mit einem, äh, Schulfreund dann so Minecraft-Videos gemacht habe, zu einer sehr unangenehmen Piepstimme. Es ist im Nachhinein wirklich sehr, sehr peinlich. Ja, ich glaube, so ein paar, also ich habe, glaube ich, alle Videos davon gelöscht, aber so ein paar kleine Relikte müsste man immer noch finden. Ich gehe jetzt hier aber nicht weit ins Detail, weil es wirklich sehr peinlich war. Demjenigen, der dieses Video herausfindet, schicke ich noch mal ein Sims-H-Kristall, äh, Kristall-Haar-Ralf so rum. Nein. Ich glaube, mein, mein Kumpel wäre, glaube ich, so, so pisst, wenn das irgendjemand rausfinden würde. Nein, aber mehr verrate ich jetzt hier auch nicht. Aha. Ja, das Internet vergisst nie, das ist immer so die große Gefahr. Das stimmt. Jeder hat irgendwie gefühlt mit so einem Minecraft-Kanal angefangen und so war es dann auch irgendwie bei mir. Ja, auf eine, ach, ich weiß noch, es war so, es war so schrecklich. Ich habe irgendwie auf so einem ganz alten, lummeligen Laptop aufgenommen und dann hat das Video total geruckelt und, glaube ich, mit dem Laptop-Mikrofon, es war ganz schrecklich. Stimmt, mir fällt gerade auf, das Mikro, was ich gerade benutze, ist tatsächlich auch noch aus der Zeit. Also es ist tatsächlich, glaube ich, schon fast zehn Jahre alt oder so. Von dem her hat auch schon ein bisschen was auf dem Buckel. Aber jetzt bei dir, genau, glaubst du, stimmt, du hast ja noch ein paar andere Seiten. Wie, was denkst du, hättest du dann die irgendwie weiter ausgebaut? Das Ding ist ja tatsächlich, es hat ja alles mit den Sims bei mir angefangen, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, hey, hier, ich hätte da gerne so eine kleine Seite dafür und habe mich da mit HTML, CSS auseinandergesetzt und wie unsere Websites aufbaut und dann da quasi meine ganze Affinität so ein bisschen für Webdesign und Webprogrammierung gefunden und gestärkt. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, wenn es damals nicht die Sims gegeben hätte, weil irgendwie, ja, auf die Idee kommen da irgendwie, ich meine, ich stehe jetzt nicht auf, irgendwie so, heute baue ich einen Blog über, keine Ahnung, was ist das Videospiel, wie ich da gerne drüber berichten möchte, weil sowas gab es damals gefühlt noch nicht so dolle, weil das Internet war ja immer noch relativ jung, als ich angefangen habe und dass ich da die Leidenschaft tatsächlich für irgendein Spiel hätte, nee, also ich habe damals neben den Sims irgendwie die Siedler sehr gerne gespielt und wohl auch großer Tycoon. Das war tatsächlich immer cool, ja. Und tatsächlich war das so der Auftakt, dass dann durch diese Affinität, dass ich gerne Websites baue, ich dann eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht habe, dann Webdesigner war, dann aber dachte, nee, ich will gerne noch weiter ins Online-Marketing gehen und dann auch ein Studium dran gemacht habe und jetzt als SEO-Mensch arbeite. Das hatte alles seine Ursprünge, weil ich damals in den Sommerferien 2003 da saß und mit Microsoft Frontpage eine unfassbar hässliche kleine Seite gebaut habe, um uns über meine Sims zu berichten. Nein. Auch im Webarchiv findet man das nicht mehr. Es hat sich bei mir in die Netzhaut eingebrannt, wie das damals aussah, aber man findet es nicht mehr. Und ja, das war tatsächlich ohne die Sims nicht passiert, dass ich jetzt gedacht hätte, also ich glaube, gaming-affin wäre ich auf jeden Fall weiter geblieben und das hätte sich weiter ausgebaut und vielleicht wäre irgendwann später so irgendwie das geweckt worden, hey, ich will da gerne irgendwie in der Community aktiv sein, aber dass ich tatsächlich so diesen Weg Richtung Mediengestalter schrägstrich Webdesigner schrägstrich Online-Marketing-Fuzzi gemacht hätte, ich glaube, das wäre definitiv nicht passiert und dass ich dann auf die Idee gekommen wäre, da irgendwie parallel noch andere, größere Seiten aufzubauen, wäre, glaube ich, auch nicht passiert. Also ich glaube, mein Weg wäre tatsächlich sehr, sehr anders geworden, wenn es damals die Sims nicht gegeben hätte und vor allem das Sims-System gegeben hätte, wo das ja alles losging. Also es ist schon teilweise ein bisschen beängstigend, wie eng das miteinander verknüppert ist. Deswegen verdanke ich den Sims tatsächlich sehr, sehr viel und auch so ganz viele Leute, die ich heute kenne, kenne ich halt über die Sims und dazu zählen halt sehr, sehr gute Freunde von mir auch und auch so ganze Erlebnisse, die ich halt so mitmachen konnte, hätte es das ohne die Sims bei mir tatsächlich nicht gegeben. Von daher bin ich da schon sehr, sehr dankbar, dass es dieses Spiel damals gab und dass es da so diesen initialen Auslöser gab, dass es sich irgendwie so entwickelt hat zu dem Punkt, wo ich jetzt heute bin. Und ja, deswegen vielleicht alternativ würde ich jetzt irgendwo in der Wüste was ausbuddeln, weil mein großer Wunsch damals war, Archäologe zu werden. Ja, genau. Das wurde dann abgelöst durch Webdesigner. Archäologentimes.de. Wäre auch spannend. Vielleicht hätte ich dann aber auch ... Falls es mit dem Sims-Bag abgeht. Ja, noch so ein zweites Standbein. Ah, vielleicht wäre ich dann irgendwann von Ubisoft angefragt worden, ob ich nicht hier irgendwie als beratender Archäologe für, keine Ahnung, Assassin's Creed Odyssey oder sowas oder Origins tätig geworden wäre. Das wäre natürlich auch cool gewesen. Vielleicht würde ich jetzt bei Ubisoft arbeiten. Wer weiß. Das wäre auch witzig. Oder ich würde halt irgendwo sonnenverbrannt in der Wüste hocken und irgendwelche Tonscherben ausbuddeln. Hat beides was. Ja, also ich hatte da ... Also ich habe immer noch eine sehr große Affinität zu irgendwelchen historischen Sachen. Von daher begeistert mich das immer noch. Wer jetzt aber daran denkt, den ganzen Tag da irgendwo in der Wüste zu knien, irgendwas auszubuddeln, aha. Ich mag da vielleicht doch eher meinen Bürojob, wo ich dann ab und zu mal auf einer Konferenz irgendwie was erzähle oder auf irgendwelchen Kundenworkshops bin und noch ein bisschen rauskomme. Ja, aber ansonsten mag ich es sehr, in einem geschlossenen Raum arbeiten zu dürfen. Sagen wir es mal so. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber tatsächlich krass, ja. Also wir verbinden schon sehr viel mit den Sims, würde ich sagen. Bei dir dann ja tatsächlich dann doch noch eine Ecke mehr als ich. Ich arbeite eigentlich als Programmierer, was jetzt nicht so direkt irgendwie was damit zu tun hat. Also mit den Sims, bei dir ist es dann ja echt total passend gewesen, die Website. So entwickelt sich das manchmal. Ja, manchmal muss so eine kleine Sache, eine kleine Sache löst was ganz Großes aus, wie es jetzt ja auch hier der Fall war. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja, von daher, also wenn ihr da, also alle Zuhörer da draußen, wenn ihr irgendwelche Leidenschaften, Hobbys oder sonst was habt, verfolgt das sehr, sehr gerne. Definitiv. Spaß, das kann ich euch nur mitgeben. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht da rangegangen, so ich will jetzt die größte, den größten Sims-Blog Deutschlands machen und das ist mein Anspruch, sondern ich hatte einfach Bock gehabt, meine Geschichten zu teilen und konnte ja keiner ahnen, dass ich da plötzlich, keine Ahnung, um zum Sims-Spielen eingeladen werde, dass in Francisco zu reisen, um da mal so drei Tage Sims zu spielen, weil das, da denkt sich doch keiner aus im Vorfeld, oder dass ich sage, in fünf Jahren erwarte ich da eine Einladung. Sowas gab es ja damals auch noch gar nicht. Also von daher, das war wirklich einfach nur Spaß an der Freude und ist auch heute noch Spaß an der Freude. Deswegen, ja. Ja, same, ja. So muss es ja auch sein. Wenn man das nur so, keine Ahnung, dann irgendwie aus Zwang macht, das funktioniert einfach nicht so gut. Man muss das immer so ein bisschen beibehalten. Aber ja, gut. Ich glaube, die Folge neigt sich auch langsam dem Ende zu. Es war auf jeden Fall, glaube ich, doch eine sehr schöne 50. Folge. Und Micha, es war irgendwie cool, dass wir uns auch mal währenddessen einfach sehen, weil normalerweise, das war heute tatsächlich das erste Mal, wo wir uns auch selber während der Aufnahme irgendwie gegenseitig beim Quatschen zugucken können, ist tatsächlich eigentlich auch ganz wichtig. Sollten wir vielleicht sogar beibehalten. Dann seht ihr uns zwar nicht mehr, aber wir uns gegenseitig ist tatsächlich irgendwie ganz cool. Ja, genau. Dann weiß ich wenigstens auch, wo ich hingucken muss, weil momentan, ich sehe nicht zweimal, ich sehe dich. Ich muss aber eigentlich in die Kamera gucken und keinen von uns angucken. Das ist mega anstrengend. Das ist kompliziert. Ich glaube, ich habe überall hingeguckt. Wenn wir dann einfach uns selbst, also nicht mehr für die Aufnahme filmen, dann ist das völlig entspannt. Dann kann ich mich wenigstens auch angucken, wenn ich mit dir rede. Ja, stimmt. Ein bisschen serviert. Sagen wir es mal so. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Auch beim Film ist es ja so, man muss immer einfach in die Kamera gucken und sich dann einfach vorstellen, dass es irgendwie eine Person wäre. Aber am Anfang fand ich das auch sehr gewöhnungsbedürftig, da die ganze Zeit in diese kleine Linse reinzugucken. Aber ja, man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Genau. Gut. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, denn alle, die jetzt auch mal zugeguckt haben, sich gedacht haben, was sind das eigentlich? Genau, ja. Die da die ganze Zeit immer so labern. Ich meine, dich sieht man ja doch häufiger mal auf deinem YouTube-Channel. Ich versuche mich ja immer so ein bisschen im Hintergrund zu halten, was so das betrifft. Ich hoffe, es hat jetzt niemanden allzu sehr geschockt. Und ja, ich bin gespannt, wie das so bei euch ankommt. Und wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, was denn am Dienstag so Schönes angekündigt wird. Wir werden definitiv in der nächsten Folge darüber sprechen, die dann auch wieder regelmäßig kommt. Ich habe jetzt keinen Urlaub mehr in nächster Zeit. Ihr habt sicherlich euch gewundert, warum die Folge schon wieder so spät kommt. Ja, ich war zwischendurch im Urlaub und dann noch mal auf dem Teamausflug und es ist alles nicht so einfach. Alles stressig. Genau. Jetzt haben wir es eingerichtet und damit beendet sich dann jetzt auch die, ja, die 50. Folge tatsächlich von Sim gehört. Schaut gerne, wie schon vorhin erwähnt, gerne in der Beschreibung vorbei. Da könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Genau. Dann würde ich sagen, macht es auf jeden Fall gut. Bis zu einer, ja, sehr spannenden neuen Folge Sim gehört. Folge 51 dann. Das ist mega spannend. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, dann würde ich sagen, man hört sich bei der nächsten Folge von Sim gehört wieder. Genau. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Das war es mit Sim gehört. Die nächste Ausgabe gibt es wieder in zwei Wochen. Wenn ihr euch für die Sims interessiert, schaut bei Simtimes und Simsblog vorbei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.